Also auch zu Ende. Sondern es kommt wahrscheinlich so Spätsommer. Maybe August. So auf der Gamescom. Kannst du vielleicht mal anzocken. Die werden save the lane, oder? Die werden save the lane. Nee, wir müssen nicht die Game umstellen. Gerne bei Just Chatting bleiben. Warte, ich stelle nochmal um. Ich stelle nochmal um. Einfach Just Chatting lassen heute, glaube ich. Den Tag lang. Das ist Porsche. Aber danke dir. They shot a Porsche, dude. Shadow Drop. Ihr meint, es geht noch heute live? Das Announcement ist so. Stell dir vor, wie geil der Trailer wäre. Der Trailer geht so live. Und einfach nur alles, was da steht, ist so. Download now oder so. Und dann gibt es so einen Link. Dann kannst du dich eigentlich runterladen. 30 Euro, das Ding ist gut bezahlt. Und dann wird es runtergeladen. Das wäre so cracked. Ich habe sehr viel Angst davor, dass das DLC einfach gedroppt wird. Einfach erst. Keine Ahnung, nächstes Jahr. Ich gehe fix mit dem Hund raus. What do you mean, du gehst mit dem Hund raus? Eine Minute bis Trailer. What do you mean? 28.2., denke ich. What do you mean, 28.2.? Seid ihr so guter Dinge? Sie haben gesagt, Ende erstes Quartal. 24. Das ist natürlich Februar im Rahmen. Wir können nicht jetzt gehen, Alter. 40 Sekunden noch, Chat. Wie ist der YouTube-Chat? Gehen die heim? 400.000 Leute. I was here. Yep. 400.000 Leute. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute in Livestreams gerade zugucken, ohne das live zu sehen, quasi. Also über mich zum Beispiel zu gucken. Chat, wie zählt das Werte, wenn mein Internet gleich ausgeht, bei so 10 Sekunden? Dann müsst ihr einfach selbst den Link anmachen. Guten Tag, der Herr. Ey, dann Lazzeres und Pips, wie nah für eure Subs. Vielen lieben, thanks. Für Malenia. Für Malenia. Ich hoffe, wir spielen gegen Mikkila. Oh mein Gott, Chat. It's happening. It's happening. Der Trailer, finally. Finally. Let's get it. Ich halte meine Fresse. Mikkila? Is actually er der Main Boss? In that forsaken place, Blood must spill. Blood of your fellows? They are truly faithful. They were never saints. They just happen to be on the losing side of a wall. Megt. Oh, Sekiro? Sekiro, Boss Bersin, du kannst die Blitz-Countern. Mother, würdest du wirklich Lordship sanction in einem so bereftet of Light? War das Mikkila, Chat? I presume you too are keen to know just what kind of Mikkila is doing here. Das ist ja so ein Sekiro-Vibe, dieses Feld. Das ist ja so Sekiro-Vibe. Kein Nilfährt, das zum Igel wird. Das Mikkila, no? Touch the river to home and travel to the realm of shadow. I will not be far behind you. May we meet again. Okay, komm, gib Datum. Geh'n Datum. Geh'n Datum. Wann? 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 Oh. Marvel-Szene. Post-Game-Credits. Ja, wann? 21. Juni. Nicht bad. Das ist ungefähr so, das ist nicht bad. Das ist nicht mal Spätsommer. Das ist actually not bad. Das ist actually not bad. Ganz bisschen delayed, aber nicht wirklich. Not bad. Strong. Nehmen wir. Sind das Sommerferien? Bestimmt. Da wird aber fett reingesuchtet, sag ich. DLC innerhalb von zwei Tagen durchgespielt. Sonst ist mein Geburtstag. Ey, Glückwunsch, Bros. So, warte, das ist Mikkiler, ja? Sagt er Mother oder Brother? Ich muss den Hettet aufsetzen, um es richtig zu hören. Komm. Warum hat Mikkiler eine Schlange? Ist er mit Richard verwandt? Ja, ne? Über Marika irgendwie, right? Schon keiner badass, aber man hat da so einen Schlangenkopf und diese Serpent-Augen und dann noch Schlangen, die ihn auch begleitet. Aber er ist ja dann der Main Boss und wenn er so wird wie seine Schwester, werden wir beide viel Spaß zusammen haben. Das klang irgendwie ein bisschen falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Mikkiler ist doch blond, ist ja nicht wirklich Sinn, den Main Boss so zu präsentieren. Du willst ja schon diesen Schock-Effekt haben, wenn du ihm das erste Mal begegnest. Oder nicht? Also, schon. Junge, du hast einfach fucking Bristle. Du kannst einfach Sejuani's Schweinchen reiten. Look at this. Was war Torrent passiert? Torrent wurde durch den Skin ausgewechselt. Look at this, geil, der war ein Wildschwein. Hier ist so ein riesiges Nierfeld-Wolf-Monster. Das Nierfeld-Monster hat Igelstachen. Look at this. Was ist der Fetisch von Ellenring-Bossen, die auf zu kleinen Pferden reiten? Warum hat er auch so ein winziges Pferd? Radar-Cosplay. Actually ist nicht so winzig, aber irgendwie trotzdem ein weirdes Design. Mit diesem fliegenden Kopf. An der Wirbelsäule. Irgendwie verrückt. Aber er wurde doch zweimal gezeigt, ne? Er wurde zweimal gezeigt, der gute Mikkela, wenn es er sein sollte. Ja, ist safe worth zu kaufen. Ist safe, I mean, man soll ja nie vorbestellen, eigentlich, ne? Ich habe einmal in meinem Leben vorbestellt, da war es überhaupt nicht worth. Aber seien wir ehrlich, Leute, der Ellenring wird so reinklatschen. Ich meine, er sitzt auch, er sitzt nicht schon auf dem Thron. Es muss Mikkela sein, oder? Es muss der Main Boss sein, wenn er das Cover einnimmt. Es muss Mikkela sein, kein anderer Weg. Pre-Order now. Wie teuer ist das? Ist das der Anziehung bezahlt, oder was ist das? Shadow of the Earth Tree Pre-Order 25, 96 auf irgendeiner Nebenseite. Wie teuer ist das auf Steam, Chat? 40er. Soll ich ihn schon mal Discord? Okay. Und jetzt? Du hast mir nichts gesendet. Letter Bait. Ah, jetzt hast du es mir gesendet. Okay. Collectors Edition. Mesmer the Impaler. Das ist nicht Mikkela. Der Typ heißt Mesmer the Impaler. Sein Name ist Mesmer, oder was? 40 Page Hang. Also ist es nicht Mikkela? Ist Mikkela vielleicht auch wieder so ein Side-Boss, den man gar nicht machen muss, aber machen kann? Mikkela ist auch eine Frau? Nee, Mikkela ist doch der Bruder von Malenia. Ist keine Frau. Oder? Nee, ist keine Frau. Trax, wie du trollst. Ist der Bruder von Malenia. Ziemlich sicher. Mikkela ist ein Kind. Ja, aber er war doch in diesem Ei. Er ist halt mutiert in dem Ei oder so eine Scheiße. Keine Ahnung. Okay, aber der Typ ist auf dem Cover drauf und dann ist es wohl der krasse Boss. Dann wird Malenia ebenso wie ihr Bruder wahrscheinlich einfach so ein Random-Zeit-Boss sein, der dann noch viel geiler ist als der Main-Boss. Ich hoffe. Sieht aber ziemlich sexy aus. Also die Collectors Edition kostet wahrscheinlich noch 120 Euro statt 40, aber who knows? Maybe worth it. Wenn du es dann an deine Wände hängen kannst, who knows? Jetzt bin ich ja nicht komplett Collectors Edition enjoy, aber vielleicht. Jetzt bin ich ja nicht